Ja moin moin, hier ist Nicky Jones und ich bin hier am Königssee, 8.07.16 Uhr, da wird es hier wieder ordentlich zur Sache gehen. Letztes Jahr schon eskaliert und ja, zusammen bin ich hier mit House Destroyer, meinem Kumpane Clemens Bock und auf DJ Milo unten auch Instagram Zell ist auch dabei. Ja, der Sand ist hier frisch gemäht und ja, der See ist schön, ich denke mal, das ist eine wilde Party, wir sehen uns dann. 8.07. Königssee, bis denn, tschüss tschüss! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!